Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute nochmal mit einem kleinen Feature aus Patch 9.1, welches ich tatsächlich gar nicht wusste, dass es freigeschaltet wurde. Und wo ich aber glaube, dass viele Leute sich darüber freuen, dass es etwas ist, das schon lange gefordert wurde. Es geht ums Thema Transmog und es geht um das Thema Schultern. Und zwar ist jetzt seit dem Patch jede Schulter unterschiedlich transmogbar. Wie das funktioniert? Ihr müsst einfach zu einem Dude gehen, wo ihr transmoggen könnt, beispielsweise auf eurem Mount, und wählt dann den Schulterslot aus. Da habt ihr dann unten links die Möglichkeit Schultern einzeln transmogrifizieren. Und dann bekommt ihr, wie hier in dem Fall, die verschiedenen Schulterpolster angezeigt. Das ist die von vorne drauf geguckte linke und das ist die von vorne drauf geguckte rechte. Und denen könnt ihr jetzt unterschiedliche Looks geben. Können zum Beispiel sagen, weiß ich nicht, könnt sie auch komplett ausblenden lassen auf der einen Seite, wenn ihr das wollt. Oder, ja wobei, also die Möglichkeiten sind dann quasi unendlich, könnt kombinieren, wie ihr wollt. Könnt ihr zum Beispiel sagen, ich weiß, dass das Ding hier ein Lookalike ist vom T12, glaube ich, des Troiden. Da könnte man jetzt sagen, so, wir wählen einmal die an und dann können wir dieselbe Variante nochmal in Blau nehmen. Ja, da könnte man zum Beispiel, ich glaube, das Set müsste ich vollständig haben. Ja, es täuscht, jawohl, da ist es. So, da könnte man zum Beispiel sagen, man trägt jetzt das Set, möchte aber die Schulter in einem anderen Look haben. und macht dann die linke in dem Ursprungslook des Sets und die andere, ups, jetzt habe ich die Falsche auch noch ausgewählt, oh boy. Ah, ich depp. Wir gehen nochmal nochmal so, zack, 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 zack. Wo haben wir es, wo haben wir es, wo haben wir es, da haben wir es. Dann die Schultern einzeln transmogrifizieren und dann die untere ist es. So, und dann so. Und dann hättet ihr theoretisch den Setlook drin, aber die Schultern in zwei unterschiedlichen Farben. Das finde ich zum Beispiel ganz cool, geht ja auch bei vielen anderen Sets. Eigentlich jedes T-Set hat drei verschiedene Farben, Minimum. In den meisten Fällen. Und da könnt ihr einfach mal, würde ich sagen, ein bisschen experimentieren, so wie ihr da Bock drauf habt. Und schauen, was euch besser gefällt, welchen Look ihr tragen wollt. Und, wie gesagt, ich glaube, es ist was, was wirklich schon lange von den Spielern gefordert wurde. Man kann jetzt seinen Char halt noch ein bisschen individueller gestalten. Und von daher persönlich, ich finde es nicht schlecht. Es gibt eben jedem noch mehr die Möglichkeit, seine Figur, seinen Char nach den eigenen Wünschen anzupassen. Und wenn jemand besonders gern transmoggt und da viel Zeit rein investiert, dann ist es, finde ich, doch eine ganz coole Möglichkeit, sich da individuell auszudrücken. In diesem Sinne, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr diese Änderung findet. Freut ihr euch auch drüber? Habt ihr auch schon lange drauf gewartet? Wieso, weshalb, warum? Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke. Damit verabschiede ich mich, wünsche euch noch eine gute Zeit bis zum nächsten Video. Bleibt vor allem gesund, habt viel Spaß mit 9.1. Und bis dahin, wir sehen uns wieder. Reingehauen! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.